Herzlich Willkommen! The Greatest of All Time hat vor kurzem das Cover der Vogue geschmückt. Lynn Evangelista Christy Turlington, Cindy Crawford und Naomi Campbell haben sich für ein Foto bereit erklärt und wir werden in einer vierteiligen Staffel ganz kurz durchgehen, wie sich diese vier Topmodels verändert haben und wie sie heute ausschauen und starten mit Christy Turlington. Eine für mich recht spannende Geschichte, weil die Four Greatest of All Time waren auch quasi Supermodels, die meine Kindheit und meine Jugend ein bisschen mitgeprägt haben und es sind Frauen, dadurch dass sie Supermodels waren, die sich vor allem durch ihre Schönheit ausgezeichnet haben, nicht nur durch ihre Schönheit, weil sie sehr starke Persönlichkeiten waren und wie ich mir überlegt habe, das zu machen, habe ich mir auch überlegt, welche Probleme ich damit erzeugen könnte, wenn man quasi eben diese Frauen nur auf ihrer Schönheit wieder runter bricht und sind sie älter geworden, sind sie nicht älter geworden? Christy Turlington ist 54 Jahre alt und natürlich schaut sie nicht so aus wie früher. Und was ich damit eigentlich bezwecken will, will ich damit mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wie nicht mehr schön sie ist oder wie sie gealtert ist oder was möchte ich zeigen, möchte ich meine Kompetenz zeigen, dass ich analysieren kann, was denn alles gemacht wurde. Ich glaube gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehr auf das Äußere und auf das Optische alle reagieren und das vielleicht als einer der wichtigsten Dinge sehen, sollten wir auch ein bisschen manchmal darüber nachdenken, ob das wirklich alles ist. Ich kann mit Christy Turlington nicht selber sprechen, ich kann auch nicht darüber reden, ob sie eine Familie hat und wie gut sie ihrer Familie geht, sondern wir können nur das Optische beurteilen und das Optische beurteilen bei diesen vier unterschiedlichen macht mir glaube ich Spaß, weil sie sehr unterschiedlich gealtert sind und unterschiedlich ausschauen in ihrem Alter. Aber genug gequatscht, starten wir mit Christy Turlington rein und schauen uns an, wie sie früher ausgeschaut hat. Das sind alles Fotos, die natürlich in einem gewissen perfekten Zustand erzeugt wurden. Das heißt viele Stunden Make-up, viele Stunden Haare machen und viele tausende Stunden Fitnesscenter und eine gute Genetik haben halt auch dazu geführt, dass diese Frauen die Laufstücke dieser Welt bezaubert haben. Und das Interessante ist, dass wir das Ganze vielleicht zu einer Zeit waren, wenn wir uns die Immunpartie anschauen, wo vielleicht viele Spritzen noch gar nicht so modern waren, wie es heute war. Ich glaube, heute haben wir das eine oder andere Supermodel vielleicht schwer, nicht in den Topf der ästhetischen Medizin hineinzugreifen, sondern einfach in der Natur sein zu lassen. Und diese vier waren sicherlich außergewöhnlich hübsch von ihrer Figur, von ihrem Aussehen, von ihrem Auftreten und extrem starke Persönlichkeiten. Wenn wir uns den Vergleich von ihr zu 1995 und 2023 anschauen, unglaublich viel Zeit vergangen, dann kann man nur bei Christy Turlington in die Hände klatschen und sagen, wow, so gut verändert oder so so schön gealtert, so natürlich gealtert, wie sie schaffen es wahrscheinlich wenige. Was wir sehen, 1995, ich sage es noch mal, weil sie war, glaube ich, Lippenunterspritzen noch nicht wirklich so die Riesensache und sie hat einfach von Natur aus, glaube ich, extrem schöne Lippen, extrem schöne Konturen gehabt, eine extrem schöne V-Form, eine Nase, die vielleicht operiert, vielleicht nicht operiert war, aber sicherlich extrem proportional dazu gepasst hat. Und was sie auch hatte, und das ist, glaube ich, ganz wichtig immer, sie hatte eine Grundasymmetrie im Gesicht, die im Alter auch noch ein bisschen da ist. Die Grundasymmetrie sehen wir bei den Nasenflügeln, wir sehen es bei der Position der Augen, wir sehen es bei der Position der Augenbraue. Ganz natürlich, sie hat eine wunderschöne Haut gehabt und die hat sie auch heute noch. Und ich glaube, dass eben das Hautbild ein extrem starker Faktor ist, ob wir jemanden als unter Anführungszeichen schön empfinden. Das heißt, die Oberfläche ist so extrem wichtig und das hat sie einfach extrem gut erhalten. Die Frage, die sich jetzt stellt, hat sie etwas machen lassen oder hat sie nicht etwas machen lassen? Ich tue mir da bei ihr ein bisschen schwierig oder schwer. Sicherlich ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Bild, dass sie bei dem einen lächelt, bei dem anderen nicht lächelt und wenn wir lächeln, dann ziehen wir ja mit verschiedenen Strukturen, Muskeln und Bandapparaten das Gewebe ein bisschen nach oben und machen unsere Backen ein bisschen voller und schauen nicht so leer aus, wie wir vielleicht normalerweise ausschauen, wenn wir nicht lachen und das ist sicherlich auch gereicht zum Vorteil hier. Die natürliche Faltenbildung, die sie hat, die entsteht eben deswegen, weil wir in unserem Gewebe elastische Fasern, Kollagenfasern verlieren und dieser Verlust der Fasern dazu führt, dass unsere Haut ein bisschen mehr knittert und das ist in meinen Augen auch extrem okay. Ich könnte bei ihr, muss ich ehrlich sagen, relativ wenig sagen, was sich verändert hat. Das, was mir auffällt, ist, dass die Jawline, das heißt der Abstand von dem Kieferwinkel eigentlich ein bisschen stärker geworden ist, was dafür spricht, dass vielleicht ein bisschen in den Topf von thermalen Filler gegriffen wurde. Thermale Filler gibt es prinzipiell Hyaluronsäure und andere thermale Filler, die auch Kollagen stimulieren, die Wirkung zeigen. Botulindoxin hat sie vielleicht gehabt, vielleicht hätte sie noch ein bisschen mehr machen können, weil eben die Zornesfalte, die dadurch entsteht, dass die Muskeln hier zusammengeschoben werden, einfach eine statische Zornesfalte schon ist, darf man die mit 54 haben, man kann sie auch mit 34 haben. Ich finde, die Zornesfalte ist nur halt eine der wenigen Dinge, wo ich immer sage, wenn man mir alles wegnimmt, was ich behandeln darf, dann wäre die Zornesfalte das, was am ehesten überbleibt und zu behandeln, weil die Zornesfalte einfach in vielen Studien beschrieben wurde als ein Merkmal, das uns in der Kommunikation nicht positiv erscheinen lässt. Ich glaube, dass sie keine Oberlinzstraffung hat machen lassen, ich glaube, dass sie kein Lifting eigentlich hat groß machen lassen, sondern wirklich natürlich schön ist, unter Anführungszeichen sicherlich mit konservativen Behandlungen dazu gemacht hat, aber man würde ihr mit 54 sagen, ja, sie schaut älter aus, das ist auch gut so, aber hat eine gewisse Natürlichkeit bewahrt. Ein anderes Bild, nochmal wunderschöne Zähne, die Lippe hat dann Volumen verloren, vielleicht werden wir in den Kommentaren hören, dass sie schon 1992 sich die Lippen hat aufspritzen lassen, ich weiß es nicht und ich kann es nicht beurteilen. Auf jeden Fall, wenn diese Lippe natürlich wahr ist, dass der ganz natürliche Alterungsverlauf, sie hat wunderschöne Zähne, Zähne sind auch glaube ich etwas extrem Wichtiges in der Ästhetik, dass man schöne gerade Zähne hat, sie hat sie ein bisschen weiß, wie es in Hollywood üblich war oder üblich ist, aber trotzdem im Prinzip normal und ich glaube, dass eben bei den Augen, wenn wenig bis gar nichts passiert ist und sie eben diese natürliche Faltenbildung schön erhalten hat und wahrscheinlich im Bereich vom Mittelgesicht, im Bereich von der Jawline ein bisschen mit Thermalenfilien nachgeholfen hat, um einfach das natürliche Volumen zu erhalten, aber im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, wow, schaut super aus, ich bin schon gespannt, in den Kommentaren wird ja immer relativ vielen beantwortet, was ich alles vergessen habe, dass sie eigentlich 2012 sich die Nase hat operieren lassen und was auch immer, aber das werden sie mir dann sicherlich in den Kommentaren dahinballern. Reality Check, das ist immer das, worauf ich am stolzesten bin, wenn unser Team es schafft, quasi Fotos zu finden, die irgendwie unter Anführungszeichen Reality entstanden sind und man muss sagen, auch sie zeigt sich da quasi im Vergleich zu ihrer Kollegin hier ungeschminkt, kein Lippenstift, kein Lidschatten, nichts dergleichen, sondern wirklich extrem natürlich und da sieht man quasi ihre natürliche Schönheit und Schönheit entsteht ja auch aus der Zufriedenheit und das, was sie macht oder was man wie es sieht, man hat das Gefühl, sie schaut extrem zufrieden aus und Zufriedene Menschen sind hübsche Menschen, egal ob sie Falten haben oder wenige Falten haben und das passt ihr einfach extrem gut und deswegen kann ich nur noch mal sagen, gratuliere, gratuliere. Faceshapes, zwei zum Auswählen heute, welche Faceshape hatte sie und welche hatte sie heute, das ist eben spannend, ich finde, dass sie eine V-Form hatte und diese V-Form aber ein bisschen in eine quadratischere Form gegangen ist, das heißt, wenn wir uns anschauen, wie sich die Unterkieferlinie verändert hat, dann finde ich, dass die sich ein bisschen eigentlich in eine quadratische Form verändert hat und diese quadratische Form, das ist für mich der einzige Hinweis, dass vielleicht ein bisschen etwas gefuchst wurde, dass das Gesicht sehr subtil an Volumen dazubekommen hat und das finde ich im Prinzip ist nicht schlecht gemacht. Das Urteil werde ich dann in den Kommentaren lesen, welches Urteil ihr dafür habt, aber mein Urteil ist, sie schaut einfach super, super genial aus und ich hoffe, sie bleibt weiterhin so glücklich. Wenn dir das gefallen hat, dann hinterlasse einen Daumen hoch, wenn du dem Kanal noch nicht gefolgt bist, dann freue ich mich, wenn du das tust und ich bin gespannt auf die Kommentare. Sorry, dass wir nicht nachkommen, alle Kommentare zu beantworten, aber ich freue mich, wie gesagt, wenn wir sie lesen können und wir werden sie Step by Step auch weiterhin beantworten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, ciao und baba. Vielen Dank.